Dieses Geräusch hört man immer seltener. Seit der Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter durch Elon Musk wenden sich NutzerInnen ab. Musk habe zu viele willkürliche Entscheidungen getroffen. Viele ehemalige Twitter-UserInnen nutzen nun Mastodon. Mastodons Ähnlichkeit zu Twitter ist nicht zu bestreiten, doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Das Netzwerk Mastodon ist nicht zentral wie Twitter aufgebaut, sondern dezentral. Mastodon-CEO Eugen Roschko könnte also nicht wie Musk einfach das Netzwerk grundlegend verändern. Das klingt erst einmal gut. Ist das Netzwerk also sozial nachhaltiger und gerechter? Und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema angekommen. Wir sprechen heute über Zentralisierung bzw. Dezentralisierung bei Software und Nachhaltigkeit. Bits and Pieces – Stück für Stück zur nachhaltigen Softwareentwicklung Ein Podcast-Projekt der Studiengänge Wissenschaft, Medien, Kommunikation und Informatik am KIT. Mein Name ist Susan und für unser heutiges Thema darf ich Johannes begrüßen. Johannes beschäftigt sich im Rahmen seines Informatikstudiums mit der Dezentralisierung und Nachhaltigkeit von Software. Er wird uns heute ein paar spannende Einblicke geben. Schön, dass du da bist. Hi, freut mich hier sein zu dürfen. Du wirst uns helfen, einen Blick hinter die Kulissen der Software von Social-Media-Plattformen zu werfen. Wir haben eben schon gehört, dass Twitter zentral und Mastodon dezentral aufgebaut ist. Aber was verbirgt sich denn hinter diesen Begriffen? Hinter zentral und dezentral verwirken sich erst einmal zwei unterschiedliche Konzepte der Netzwerkarchitektur. Twitter als zentrales Netzwerk hat dabei eine hierarchische Struktur. Ein zentrales Unternehmen, in diesem Fall Twitter, steht dahinter und betreibt und verwaltet das Netzwerk. Benutzerkonten, Daten und Inhalte werden auf den Server dieses Unternehmens gespeichert. Aktivitäten und Daten können deswegen auch von diesem Unternehmen kontrolliert werden. Entscheidungen über Funktionen, Regeln und Richtlinien werden dabei nur von Twitter getroffen und umgesetzt. Mastodon als dezentrales Netzwerk hat dabei ein Federationsprinzip. Es gibt eine Vielzahl unabhängiger Server, die werden dort als Instanzen bezeichnet. Diese haben jeweils ihre eigenen Regeln und Moderationsrichtlinien und diese werden auch nur von den einzelnen Benutzern festgesetzt. Eine Verbindung und Kommunikation ist dabei über Instanzen hinweg möglich. Der Benutzer wählt eine Instanz aus, seine Daten und Inhalte werden dann dort gespeichert und nicht zentral bei einem Unternehmen. Bei Mastodon macht also nicht einer oder ein Unternehmen die Regeln für alle NutzerInnen, richtig? Ja, genau. Viele ehemalige Twitter-Nutzer wandern nun zu Mastodon, auch Anti-Twitter genannt, ab. Für sie ist das Netzwerk die Zukunft. Dann gab es allerdings auch um eine Mastodon-Instanz einen Skandal. Auf einer japanischen Instanz tauchte kinderpornografisches Material auf. Wie stehen denn die Möglichkeiten, solche Verstöße auf Mastodon zu ahnden? Nun ja, als dezentrales Netzwerk hat in erster Linie jede Instanz Autonomie in ihrer Regelsetzung. Es gibt explizit keine zentrale Autorität, um irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings können Instanzbetreiber Inhalte und Benutzerkonten löschen. Instanzen können sich außerdem gegenseitig blockieren, um der Verbreitung unerwünschter Inhalte entgegenzuwirken. Es liegt also letztendlich in der Verantwortung der Instanzbetreiber. Das heißt, auch Mastodon scheint nicht ganz fehlerfrei zu sein. Jetzt fragt ihr euch sicher, was hat kinderpornografisches Material mit Nachhaltigkeit zu tun? Wir reden hier nur über eine der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, der sozialen Nachhaltigkeit. Sie bewertet unter anderem den Beitrag, den Software zum menschlichen Wohlbefinden beiträgt. Dabei spielen Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, Respekt für das geistige Eigentum anderer, Wahrung der Privatsphäre und Vertraulichkeit eine Rolle. Bisher haben wir uns nur Twitter und Mastodon angeschaut. Beide Plattformen haben problematische Aspekte. Twitter sammelt viele Daten auf einer zentralen Instanz. Zudem können ausgewählte wenige Personen die Regeln des Netzwerks bestimmen. Mastodon hat hingegen das Problem, dass durch die eigenständig selbstverwalteten Instanzen auf einigen Menschenrechte missachtet werden. Es gibt also keine Kontrollinstanz. Nachhaltigkeit verstanden. Aber Johannes hat mir in unserem Vorgespräch noch eine weitere Plattform namens Steemit angeteasert. Auch Steemit ist dezentral organisiert. Wie unterscheidet sich Steemit jetzt von Mastodon? Sie unterscheiden sich in der grundlegenden Architektur, denn Steemit basiert auf der Blockchain-Technologie. Inhalte erstellen und teilen werden außerdem durch eine eigene Kryptowährung namens Steam vergütet. Mastodon ist alleine schon weniger bekannt als die großen Unternehmen wie Twitter. Steemit hingegen ist noch ein Nischenprodukt. Jetzt hast du das Buzzword Blockchain benutzt. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Bei der Blockchain werden Daten in Blöcken organisiert. Diese werden dann miteinander verkettet. Dadurch entsteht die Blockchain. Sie stellt dabei die chronologische Abfolge aller Transaktionen dar. Jeder Block enthält neben den Daten auch den Hash des vorherigen Blocks. Dadurch entsteht eine unveränderbare Aufzeichnung. Jeder Knotenpunkt im Netzwerk enthält die vollständige Kopie der Blockchain. Transaktionen werden validiert und durch Zusammenarbeit aller Server entsteht ein Konsens über den Zustand der Blockchain. Außerdem wird so sichergestellt, dass jede Kopie konsistent ist. Datenmanipulation wird dabei extrem schwierig, denn man müsste an jedem einzelnen Server die Daten ändern. Jeder Nutzer hat außerdem Zugriff auf die komplette Transaktionshistorie, da diese öffentlich ist. Wir haben außerdem eine erhöhte Ausfallsicherheit, daher jeder einzelne Knotenpunkt über die gesamten Daten verfügt. Du hast eben gesagt, dass neben den Daten, die jeder Block enthält, auch ein sogenannter Hash enthalten ist. Was kann ich mir unter einem Hash vorstellen und was macht ein Hash? Ein Hash ist eine Zeichenkette, die auf den Daten des Blockes basiert. Andere Daten, anderer Hash. Ein Hash dient außerdem zur eindeutigen Identifikation des Blockes. Wenn also jeder Block den Hash des vorherigen Blockes kennt, entsteht dadurch eine Kette. Aber wenn ich jetzt höre, dass so viele Daten immer wieder kopiert werden, scheint mir das nicht sonderlich effizient. Wir haben uns ja bisher nur mit sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt. Nachhaltigkeit verstehen Ökologische Nachhaltigkeit ist wohl die geläufigste Form von Nachhaltigkeit. Sie bewertet, wie viele Ressourcen eine Software verbraucht. Dabei ist der Energieverbrauch entscheidendes Kriterium im nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Nachhaltigkeit verstanden Aber wie steht es denn um die ökologische Nachhaltigkeit von Blockchain bzw. Steemit? Wie grün ist Blockchain? Es gibt derzeit viele Diskussionen und auch Studien, um die Nachhaltigkeit von Blockchain und um diese nachhaltiger zu gestalten. Der Rechenleistungseinsatz für die Kryptowährungserzeugung hat einen hohen Energie- sowie Hardwareverbrauch, da immer die neueste Hardware genutzt werden möchte. Insbesondere beim Proof-of-Work-Ansatz haben wir einen sehr hohen Energieverbrauch, der erstmal gerechtfertigt werden muss. Deswegen ist die ökologische Nachhaltigkeit recht schwierig zu bewerten. Du hast den Proof-of-Work-Ansatz genannt. Was genau ist das? Der Proof-of-Work-Ansatz ist ein Mechanismus zur Konsenserreichung. Dabei müssen mathematische Puzzle gelöst werden. Alle Beteiligten konkurrieren dabei darum, den neuen Block zu erzeugen und die damit einhergehende Belohnung zu erhalten. Mehr Arbeit führt dabei zu einer höheren Erfolgschance. Ein anderer Ansatz ist der Proof-of-Stake-Ansatz. Dabei wären die Validatoren ausgewählt. Validatoren geben einen Einsatz, deswegen Stake. Mehr Einsatz führt dabei zu einer höheren Chance, ausgewählt zu werden. Dadurch haben wir kein Konkurrenzverhalten zwischen den Benutzern, sondern die Arbeit wird nur verrichtet, wenn der Benutzer auch ausgewählt wird. Dadurch haben wir insbesondere viel, viel weniger Energieverbrauch. Zusammenfassend kann man also sagen, der Konsensmechanismus ist bei der Blockchain entscheidend, um die ökologische Nachhaltigkeit zu bewerten? Vielleicht nicht entscheidend, aber es spielt definitiv eine große Rolle, da der Proof-of-Stake-Ansatz deutlich weniger Energie verbraucht. Nachhaltigkeit verstehen Es gibt neben sozialer, ökologischer auch die ökonomische Nachhaltigkeit zu beachten. Im Englischen lässt sich das ganz leicht merken. People, Planet, Profit Wir wollen uns jetzt noch das letzte P, Profit, anschauen. Im Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeit ist der Profit, aber auch das Investment und der finanzielle Wohlstand zu beachten. Dabei sind Jobs, Kapital, aber auch das Einkommen zu bewerten. Nachhaltigkeit verstanden Wie können wir jetzt die drei Plattformen Twitter, Mastodon und Steemit bewerten hinsichtlich der ökonomischen Nachhaltigkeit? Twitter ist zurzeit nicht rentabel. Mit der neuen Chefin Linda Iaccarino soll sich das ändern. Sie will mehr WerbepartnerInnen anziehen. Mastodon hingegen ist eine Non-Profit-Organisation, hat also nicht das Ziel, rentabel zu sein. Und bei Steemit wird es interessant. Denn du hast eben schon kurz angerissen, dass NutzerInnen für ihre Inhalte, Likes und Upvotes mit der Kryptowährung Steemit entlohnt werden können. Dadurch sind NutzerInnen nicht von klassischen Werbeeinnahmen abhängig. Wie kann ich denn den Profit oder die ökonomische Nachhaltigkeit von Steemit bewerten? Das Geschäftsmodell der Entlohnung der Nutzer durch die Plattform hat sicherlich Potenzial, langfristig attraktiv zu bleiben, insbesondere durch die Vielzahl an Monetarisierungsmöglichkeiten. Dafür ist allerdings eine hohe Nutzerbasis nötig, diese ist noch nicht ganz gegeben, da das Portal ja noch recht neu ist. Steemit könnte also ökonomisch nachhaltig werden, insbesondere wegen dem interessanten Geschäftsmodell einer irgendwann gegebenen aktiven Nutzerbasis und der Vielzahl an Monetarisierungsmöglichkeiten. Aktuell zeigt sich, dass Steemit aus Unternehmenssicht wohl wenig rentabel war. Es gab eine große Entlassungswelle und sogar eine Übernahme von Steemit durch die Thron Foundation. Ganz interessant, du hast eben noch die NutzerInnen-Perspektive mit aufgegriffen. NutzerInnen werden auf Steemit für ihre Inhalte direkt durch die Plattform entlohnt. In gewisser Weise sind sie also unabhängiger von WerbepartnerInnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben dadurch einen reinen Geldfluss alleine auf der Plattform, unabhängig von Sponsoren oder dritten Partnern. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die NutzerInnen durch Kryptowährung bezahlt werden und nicht, wie traditionell, direkt durch Sponsoren, durch direktes Geld. Jetzt haben wir ganz viel Input bekommen über die Plattformen Twitter, Mastodon und Steemit. Können wir jetzt ein Ranking der Plattformen im Sinne der Nachhaltigkeit aufstellen? Pauschal ist das Thema komplex, um ein einfaches Ranking darzustellen. Können wir wenigstens beantworten, ob zentrale oder dezentrale Netzwerke nachhaltiger sind? Selbst das ist recht schwierig. Zentrale Netzwerke haben allerdings die Möglichkeit, einfacher effizient zu skalieren. Da ein einzelnes Unternehmen dahinter steht, kann dies dafür sorgen, dass die zusätzlich bereitgestellten Ressourcen effizient gestaltet werden. Durch keine zentrale Autorität bei dezentralen Netzwerken kann allerdings Zensurresistenz, größere Meinungsfreiheit und offenerer Informationsaustausch entstehen. Dezentrale Architekturen sind außerdem eher positiv in Richtung Sicherheit und Datenschutz zu bewerten, da die Daten ja eben nicht bei einer Organisation, sondern verteilt liegen. Insgesamt kann man nicht eindeutig sagen, ob jetzt zentrale oder dezentrale Netzwerke besser oder nachhaltiger sind. Es kommt immer auf spezifische Umstände, Anforderungen und Werte an, die in einer gegebenen Situation Priorität haben und dann auch immer noch auf die endgültige Ausgestaltung an. Mit Blick in die Zukunft. Wie werden sich soziale Netzwerke verändern? Hin oder weg von Dezentralisierung? Dezentrale Netzwerke haben sicherlich eine Nische gefunden und werden dort erstmal wachsen. Insbesondere getrieben durch die Vorteile der Dezentralisierung. Es bleibt dann abhängig von technologischer Entwicklung, gesellschaftlicher Veränderungen sowie Nutzerverhalten, welches Architektursystem sich am Ende durchsetzen wird. Es könnte auch gut sein, dass Hybridmodelle entstehen, die dezentrale Technologien für Datensicherheit sowie Datenschutz einsetzen und eine zentrale Infrastruktur für Skalierbarkeit und Benutzererfahrung bieten. Nicht zuletzt darf man regulatorische Einflüsse durch Regierungen und Behörden nicht vergessen, die eventuell sich dafür einsetzen wollen, gegen Desinformation vorzugehen. Die Entwicklung wird jedenfalls geprägt sein von verschiedenen Ansätzen und Modellen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Benutzer und Gesellschaft eingehen. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Vielen Dank, Johannes, dass du alle Fragen so ausführlich für die HörerInnen und mich beantwortet hast. Schön, dass du hier warst. Hat mich gefreut, da sein zu dürfen. Und damit ihr den Durchblick nicht verliert und was aus dem Podcast mitnehmen könnt, für den nächsten Smalltalk zum Schluss, Wissen2go in 90 Sekunden. Twitter ist ein zentrales soziales Netzwerk. Das bedeutet, eine zentrale Instanz, die die Regeln bestimmt. Das ist nicht sonderlich demokratisch. Mastodon hingegen ist ein dezentrales Netzwerk. Auf verschiedenen Instanzen werden nur Teile des Netzwerks gehostet. Jeder der Instanzen organisiert sich selbst und hat eigene Regeln. Das kann das Netzwerk sozialer machen, aber auch Probleme verursachen. Beispielsweise kann der Host einer Instanz Menschenrechte missachten. Insgesamt ist unsicher, ob die soziale Nachhaltigkeit oder Pay für People davon profitiert. Steemit ist aufgebaut für der Blockchain-Technologie. Auf den verschiedenen Servern liegen nicht nur Teile des Netzwerks, sondern auf jedem Server liegt eine Kopie der gesamten Daten. Bei einer Veränderung an einem Block der Datenkette müssen alle Server zustimmen. Dabei gibt es verschiedene Konsensmechanismen. Der Energieverbrauch einer Blockchain wird maßgeblich von diesen Konsensmechanismen bestimmt. Insgesamt wird durch Blockchain-Ansätze aber tendenziell mehr Energie als durch zentrale Ansätze verbraucht. Das Pay für Planet profitiert hier also nicht. Steemit bietet NutzerInnen neue Chancen zur Monetarisierung. UserInnen können gegen Bezahlung eigene Beiträge hervorheben oder werden durch Likes und Upvotes anderer entlohnt. Daten der UserInnen werden nicht verkauft für Geld. Da die UserInnen durch Kryptowährung entlohnt werden, ergibt sich daraus überhaupt die Diskussion der ökonomischen Nachhaltigkeit von Kryptowährung. Alle Netzwerke haben also insgesamt Vor- und Nachteile. Eine Dezentralisierung bietet jedoch NutzerInnen die Chance, unabhängiger von Unternehmen zu sein. Es könnte also die Zukunft der sozialen Netzwerke sein. Das war Bits & Pieces Stück für Stück zur nachhaltigen Softwareentwicklung. Ein Podcast-Projekt der Studiengänge Wissenschaft, Medien, Kommunikation und Informatik am KIT. Eine Kooperation mit dem Campus Radio Karlsruhe.